Man kann nicht sagen, dass man froh ist, zum Zahnarzt zu gehen, das ist ganz klar. Aber ich habe jetzt weder Angst noch irgendwelche negativen Gefühle. Es ist immer eine vertraute Umgebung und man weiß, dass man hier gut behandelt wird. Insofern alles bestens. Also ich habe keine Angst vor Zahnbehandlung, noch nie. Deshalb kann ich da eigentlich nicht viel zu sagen. Also da kann ich keinen Ratschlag geben, weil es für mich nicht zutrifft. Vielen Dank.